eine weitere neue funktion bezieht sich auf das trimmen von clips der übersichtlichkeit halber nehme ich meine marken jetzt hier mal wieder raus über alt umschalt plus v und was das trimmen von clips betrifft wurde laut aussage von grass valley hier eine funktion implementiert beziehungsweise verbessert die wenn ich mich richtig erinnere zum teil auch schon so in edius integriert ist nur hat man jetzt hier das ganze noch mal ein bisschen verbessert und was es geht möchte ich am besten mal zeigen damit wir die funktion nutzen können muss ich aber erst in die benutzer einstellungen unter dem bereich benutzer oberfläche tastaturkürzel wo ich mich gerade schon befinde und jetzt hier in die kategorie trimmen und da gibt es jetzt funktionen clip erweitern bis cursor in punkt clip erweitern bis cursor out punkt diesen funktionen die hier zur verfügung stehen ist jeweils noch kein tastaturkürzel zugewiesen das möchte ich jetzt gleich mal ändern clip erweitern bis cursor in punkt dann nutze ich jetzt mal wieder meine 10er tastatur den in punkt lege ich mir jetzt mal auf die taste 1 den out punkt auf die taste 3 quasi für links rechts in punkt links out punkt rechts das ganze gibt es jetzt hier noch mal mit erzwungenem ripple nennt sich jetzt hier ripple clip erweitern bis cursor in punkt und ripple clip erweitern bis cursor out punkt auch da nutze ich eine zuweisung diesmal nehme ich die tasten 4 und 6 quasi direkt 1 drüber damit kann ich jetzt diese vier funktionen direkt über die tastatur steuern zum ersten zeigen die aktiviere ich jetzt mal hier den einfüge modus und gehen den überschreiben modus das heißt wenn ich jetzt hier einen clip trimme dann entsteht eine lücke und wenn ich jetzt diesen clip selektiere indem ich ihn mit der maus auswähle und mein cursor steht hier dann kann ich jetzt wenn ich die taste 1 auf meinem numerischen zahlenblock drücke sofort den in punkt des entsprechenden clips auf meine cursor position erweitern ich habe das jetzt absichtlich in diesem modus gemacht damit man ganz genau sieht was passiert dasselbe gilt natürlich auch für den out punkt möchte ich den jetzt bis hierhin haben wir wissen das kann ich mit der taste m machen muss ich nicht die maus verwenden möchte ich den out punkt jetzt wieder erweitern dann kann ich wenn der clip selektiert ist also ausgewählt jetzt die taste 3 verwenden um den out punkt sofort auf diese position zu setzen das ist also eine weitere möglichkeit um clips zu trimmen wenn ich jetzt im ripple modus also im einfüge modus den clip erstmal kleiner trimme und ich möchte den jetzt anschließend wieder erweitern zum beispiel auf diese position und der andere benachbarte rechte clip soll gleichzeitig quasi beschnitten werden dann müsste ich jetzt hier aus dem modus raus wechseln taste 3 drücken und da sehen wir jetzt dass der clip gar nicht bis zu meinem cursor verlängert werden kann denn der clip ist vorher schon zu ende das kann natürlich auch passieren dass der clip zu ende ist wir erinnern uns wird symbolisiert durch so ein kleines dreieck in der rechten oberen ecke vom video und vom audio bereich diese neue trim funktion kann übrigens auch interessant sein im zusammenhang mit dem gruppen modus ich trim den clip jetzt mal kleiner das ist hier dieser clip mit der schildkröte über doppelklick rufe ich mir den mal hier im player fenster auf das heißt momentan sind die beiden bilder hier synchron und durch aktivieren des gruppen modus das wurde ausführlich beschrieben im neuen edius 7 grundkurs beziehungsweise auf dem ergänzungs lernkurs und mit diesem gruppen modus kann ich jetzt hier meine cursor bewegung synchronisieren das heißt gehe ich jetzt hier auf der zeitleiste ein bisschen weiter nach links dann sehe ich jetzt natürlich hier den clip der an dieser stelle wäre aber ich sehe auch was ich jetzt hier in meinem schildkröten clip für ein bild zeigen würde wenn der bis zu dieser stelle verlängert wäre und wenn ich jetzt tatsächlich die taste 1 drücke um den bis hierher zu verlängern mache das nochmal im überschreiben modus dann ist das natürlich auch genau das bild was ich dann jetzt hier in dem fall beim trimmen zu sehen bekommen damit kann ich also in kombination mit dem gruppen modus gucken bis wohin würde ein clip gehen und wenn ich dieses bild haben möchte dann kann ich den clip an out oder in punkt entsprechend bis zu diesem bild verlängern dasselbe mache ich jetzt nochmal für das ende möchte ich jetzt also den clip verlängern bis zu diesem bild wo dieser fisch hier oben ins bild kommt und ich bin jetzt im einfüge modus drücke die taste 3 dann wird der rechte clip einfach nach rechts verschoben und der markierte clip entsprechend bis zur cursor position verlängert wir erinnern uns auf der taste 4 und auf der taste 6 habe ich dieses clip verlängern auch nochmal mit erzwungenem ripple da wäre es also dann egal ob ich jetzt hier den einfüge modus aktiviert habe oder nicht wenn ich also die funktion auf der taste 4 oder taste 6 bei mir jetzt verwende dann würde immer der ripple modus verwendet werden das nur noch kurz als hinweis zu dieser funktion dann würde ich jetzt auch noch kurz vor 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 kurz Vielen Dank.